Und da sind wir auch schon wieder Sanitätsdrohne ist es, mein Hase Echt? Cool! Oh, falsches Gewehr Spottest du mal eben? Ja, ich geh mal ran für dich und geh mal Super Super Ich bin begeistert Dann komm mal da habe ich schon das erste Ziel für dich Bin schon gejagt Dort ging schnell Ah, das ist weil Santa Blanca jetzt angreift Was? Ja Boah, dann haben wir einen Timer auch noch Die Assi Ja, der weniger Wir kommen von der guten Seite zumindest Wenn hier jetzt kein Zaun mehr Ja Ja, warte ich komm runter Ja Das schöne ist ja, dann sind die auch erstmal abgelenkt Ja, sind sie Hier hinten ist auch ein offenes Tor bei mir Super, dann warte kurz da Ja Ja Mein, der stöhnt denn schon wieder lustvoll rum Bin da Wollen wir das Waffenteil noch schnell mitnehmen hier? Kannst du holen? Kannst du holen, ja Ah, hier gibt's auch einen Jammer Es ist sogar eine Waffe Lmg Ich hab's wahrscheinlich schon mit dem 6P41 Alles klar Ja, alles klar Alles klar Ab ihn Soll ich? Ja mach 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 Ich schlieg halt LOL Was ist passiert? Ich bin noch draußen geblieben. Wurde entdeckt Ich war irgendwie ärgerlich Ja die Mission ist eh durch Schafft haben wir es ja Mit Alarm und so weiter werden wir da niemals mehr neben draus gekommen Doch das geht bestimmt irgendwie Schnell rein umlegen schnell wieder raus wahrscheinlich So dann legt es mal wieder fröhlich vor sich hin Aber wir haben El-Kommandante Mhm Vor allem der Typ hat zwei Schuss ausgehalten Das war El-Kommandante What? So Gucken wir mal eben auf die Kartellübersicht El-Kommandante ausgeschaltet 105 Prozent Sicherheit destabilisieren Wollte grad sagen Wieso 105 Wieso Wieso 105 Ich hab keine Ahnung Ich hab absolut keine Ahnung Aber wir haben jetzt wieder Fertigkeiten die wir machen können Aber ich hab nur Objekte Äh Nö Nö Ich hab überall was Huch Willst du eben machen oder Was? Ja willst du eben deine Fertigkeiten machen oder Nö Alles klar Dann Ähm Kurz gucken Warum denn Lapl Ha? Dann schauen wir uns direkt jetzt mal Laplager an Okay Ein Weg in die Freiheit ist auch schon geschaffen Ah Super So Wir brauchen jetzt noch ein Fortbewegungsmittel Na sind da 15 Kilometer bis zu dem ne Das ist gar nicht so wenig Wollte grad sagen Wollen wir uns nicht einfach in die Base flaschen und uns ein Heli kreis Nein Nicht in diese Base Die ist zu hart bewacht glaub mir Ich mach das Ich versuch zu supporten Lass mal unseren Eingang wieder finden Warte Mach mir einen neuen Im Endeffekt brauche ich halt nur Licht Ja das kann ich dir Boah warte mal Boah Nachtsicht wie geil Testen wir mal die Nachtsicht die ist der absolute Overkill Ich weiß aber jetzt hier Wow lol Wärmebild ist viel besser Lol Tatsächlich jemand Bisschen irritierend wenn da ab und zu mal so ein Vogel durchs Bild fliegt So So Guck mal bei den schwer gepanzerten Fahrzeugen Aslan Da läuft einer auf mir Ja Oh Da sind ja zwei neben mir Waren würd ich mal behaupten Ja Aber ich bin jetzt auch low HP Bin auch tot Da sind noch mindestens fünf Wow ich bin nicht mal in die Nähe vom Flugfeld gekommen Aber egal 45 Sekunden dann respawnisch dann probier ich das ganze nochmal Die sind alle in der Nähe von meiner Leiche Ja ich versuche mich grad um zu positionieren dass ich deine Leiche wenigstens sehe und dann dementsprechend die Gegner auch Sind alle meine Leiche vorbeigelaufen Alter fick dich hinlegen jetzt reicht es mir Da läuft laufend zwei den Turm hoch Habe ich schon mitbekommen Ich sehe sie ja Ich spawne Alles klar Der eine ist mittendrin stehen geblieben Hab wahrscheinlich keinen Bock mehr So Hier ist halt der blöde Zaun schon wieder Ich will halt wissen wo der Jammer steht damit ich ihn ausschalten kann Der Jammer stellt echt ein Problem dar Da ist er Ich guck grad ob ich den mit meiner Kanone rausbekommen Ich glaube tatsächlich den kann man nur abschalten Ich guck dir so weit den Rücken frei wie ich kann Was war das denn? Da fliegt ein Henny rum Ja dann lass ihn doch fliegen Der ist ja nicht an uns interessiert Du brauchst dir dann auch nicht Pullen oder? Oder Weil Du willst die Kills haben So ich lad mal ihm nach Er hat das Scharfschützen gehört Der Alarm ist schon wieder an Der Alarm ist schon wieder an Der Alarm ist schon wieder an Also ich hör nichts Wir hören halt deswegen Wir hören halt deswegen Cool Hast du es gerade gehört? Nein Ich habe gerade den Tanker angeschossen Der blöde Drohnen Jammer ist aus Super Du Schütze Scharfschütze ist tot Ja ich wollte aber eigentlich eher als Pilot Zieh dich zurück Äh lol Das hätt ich halt nett gemacht weil der fliegt grad nach der Rakete in deine Richtung Ja Dein Ernst Ja Du standst vorm Jammer Das Ding hat ein Raketenabwehrsystem Ja ja ist mir schon klar aber Ich meine Ich hatte keinen Lockon Bei mir Nicht? Nein Ja ja Ich hab noch da Ich hab noch was nicht in your life Ich hab noch was Ich hab noch was nicht in die Richtung Ich hab noch was aus dass du so das Habe ich da gerade zwei Gegner gedötet? Nein, das war ich. So. Habe ich den nicht gerade getroffen? Wen? Ne. Nein, der lebt immer noch. Boah, ist das anstrengend. So, wo sind denn die nächsten Kunden? Ach guck mal, da hinten läuft auch schon der nächste. Soll. Ich habe gerade einen mit einer Granate getroffen. So, jetzt ist das Raketensystem aus. Drei Stück direkt vor deiner Nase. Das habe ich gerade auch gemerkt. Unidad von hinten. Da geht doch. Wasp. Das kann man sich für den einenenken? Ich habe mich an die Jango. Ich habe mich an die Jango. Ja, ich habe mich an die Jango. Ich habe mich an die Jango in der letzten Position. Was gibt's da nicht? Bei uns ist alles tot. Nein, eben nicht. Da ist noch irgendwo was. Ja, einer. Am, beziehungsweise auf dem Stein. Da kommen wir von oben wieder welche. Zwei Stück. Naja, zieh dich einfach bergrunter, zurück. Also ich bin nicht gejagt oder sowas. Nein, ich bin gejagt. Lauf. Kommen wir eben mit hier nach rechts rüber. Ja, ich besorg uns ein Heli. Brauchst du nicht, hier vorne gibt's welche. Aber hier gibt's Kampfhelis. Zweites Luftabwehrsystem ist auch kaputt. Hier in der Base ist nicht ein Gegner mehr. Was? Oh, doch. Eine auf dem Turm irgendwo. Da ist noch ein Sniper, aber der ist mir relativ gut. Gerade natürlich ist der einzige Kampfhelikopter mit Raketensystem gerade draufgegangen. Oh, da ist ja noch ein Air Defense System. Ja, ich stehe gerade daneben. Bleib unten. Kannst fliegen. Nein, ist noch eins. Wo? Hier hinten irgendwo. Granate fliegt. Hab's. Jetzt. Da sind noch mehr. Füß. Oder es war einfach nur der Scharfschütze hier im Turm und Fußsoldat. Kannst. Go, 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 go. Alter, was ein Kampf, ey. So. Air Defense System. Nein, andere war Hedi. Oh, doch. Eine Rakete im Anflug. Jetzt nicht mehr. Flieg mal. Das ist der Kampfhelikopter hinter uns. Was? Der die Raketen geschossen hat. Siehst du's? Ne. Da kamen gerade noch mehr Raketen. LOL. So. Jetzt. Schön entspannt. Mit Air Berlin. Richtung La Plaga. Ja. Vamos a la plaga. Oh, oh, oh. Na mein Stuhl, der quietscht so ekl oft. Muss ich mal positive WD-4 zu Column schmieren. vielleicht zu entdecken mit licht an sind es sieht eher wie suchscheinwerfer oder so was sind wir nicht bei la plaga mal aus versehen vorbeigefahren ich glaube liegt im pool oder so das machen wir jetzt aber noch diese folge ja gut ich habe den selber nicht gesehen die tage das fange ich das rote licht fange ich nur guck mal da glänzt was versuch zu fangen abgefangen stimmt guck doch mal in den einstellungen ich würde sagen ich würde sagen christus machen wir das erste mal durch gespielt haben dann können wir das ganze auch einfach mal komplett mit noch mal neuen charakteren machen ohne irgendwie sondern dass wir das alles dann nur on screen dass wir auch on screen sammeln und so weiter dass die leute das auch mal alles sehen ja aber es gibt halt schon echt ein paar schöne locations wo zeug auch liegt das werden die leute dann spätestens dann sehen wenn wir das ganze auf dem höheren schwierigkeitsgrad spielen dann auch nicht mehr so wie eben so einfach mal random irgendwo rein rennen eine heli rausholen oder so war er die fans ist dann halt war vertraust du mir nicht oder was haben sie auch Oh! Schöne Explosion, genau vor uns! Sch-sch-sch! Warte mal, wie man hier kommt. Ich kann nicht wissen, was da aussieht. Wie bist du? Okay. Können wir mal mal schauen, oder? Das sieht nach oben aufgeschützt in den Kopf aus. Ja. Na komm! Aber warum? Da steht sogar einer daneben. 2 sogar! 2 Unidats, oder? 3. Nicht Unidats, Rebellen. Echt? Wow. Gut, fliegen wir mal weiter, wa? Ja. 900 Meter. Finden Sie der Plager, ach du heiliger. Flieg mal rechts hin. Und zwar... Hier ungefähr, so in dem Bereich. Na, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Fick ist, was ich gesagt habe. Dass wir hier oben absteigen. Erstmal will ich gerade verhindern, dass wir... Ja, dann park doch einfach den Heli hier vorne vor der Ding in Space. Wenn ich ja im Gebirge absetzen. Ja, da muss ich runterlaufen, wow. Da ist ein Gegner. Aber wenn du ruhig hältst... Ich kann mal versuchen, den aus dem Heli rauszuschießen. Das wäre vielleicht ein cooler Move. Ich lade mal eben nach, warte. Jawoll! Headshot! Da ist noch einer. Weiter rechts davon. Von dem, wo der eben war. Da musst du nochmal ein Stück hochfliegen, weil da sind Bäume, da sehe ich relativ wenig. Nee, ich sehe nichts. Warte mal. Ich sehe nichts. Ich sehe eine kleine Gruppe der Engel aus. Tot. Ich sehe eine kleine Gruppe der Engel aus. Gameplay. Denk an die Schranke. Danke. Du hast auch einen ordentlichen Gyrokopter-Piloten. Äh... Helikopter. Gyrokopter sieht wieder ein bisschen anders aus, Hase. Aber, aber, aber. Nope. So, ich drohniere mal wieder. Setze Drohne ein. Oh, ich sehe eine kleine Gruppe der Engel aus. Hier kenne eine Glätte. Hier steht eine Frau drin. also wenn er abhauen will schieße ich zweimal auf die karre da muss er aussteigen also die die gepanzerte karriere und schlitter drei kaputte reifen aber wenn er damit flieht holen wir auf jeden fall ein ich hab den oben aber mit helikopter rausgenommen da ist auch die tuse wow alter da hat hier echt echt eine geile karre stehen ja ich komme runter ich kann es um so im sniper nicht mehr viel machen da sind auch noch etliche mehr gegner die karre ist schnittig na da gibt ein alarm haben der leiche gefunden auch nur die linke seite ist alarmiert die rechte nicht ach guck mal wenn er da vorbeirennt war nicht geplant eigentlich war das so geplant hinter uns keine ahnung hier kann man sich wieder im auto verstecken hier so richtig tolles auto kommt einer auf dich zu ich glaube meinem nach was jetzt wo ich nach lade das ist noch ein heavy glaube ich jetzt neben mir kann sich nicht für mich interessiert da ist aber noch irgendwo einer mach ihm jetzt erst mal seine ich könnte seine frau umbringen da kommt noch einer mach seine fluchtmöglichkeit zunichte ich denke daran dass du ein auto übrig lässt womit wir dann weiß bescheid ja ja geile karre draußen wo ist der kerl oder pro an anderes haus keller befasst sich ja meinst du da gibt es einen keller ja ja gut warum soll das was dann ding und sein erwarte ich komme noch rüber da sind ja noch die fertigkeiten punkte oder ja dann habe ich auch gerade schon geholt hier geht es hier geht es in keller ja warte kurz muss noch rüber kommen bei dir hier aber du kannst du ruhig erst die fertigkeiten punkte holen da bist du da runter gegangen genau hier hauptstrasse ach da ok da ist eine tür hier gefällt mir nicht aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich jetzt gerade erst mal weg Ich renne hier gerade mit dem Wärmebild rum, aber auch die findet nix. Ah, ich glaube ich weiß es. Hier gibt's ne Garage. Lol, ok, warte. Ja, aber hier kommt man auch nicht rein. Also da muss es nen Weg nach unten geben. Und er haut dann 100 pro hier über die Garage ab. Dann hab ich ne Idee, warte mal. Bleib du mal an der Garage stehen. Ok, die Tür kann man nicht aufsprengen. Kannst du die Garage sprengen? Nope, aber da hinten dran war ein Auto. Was jetzt Schrott ist. Ok. Das ist mir nicht so blöd, so ein Scheiß unter... So ein Scheiß... Ah. Hier ist die Garage, ok. Da musst du es ja irgendwo nach unten gehen. Ja, aber hier ist ja nix. Also hier ist auf keinen Fall was in dem Bereich, im linken Gebäude. Ah, im rechten Gebäude ist noch ein Abgang. Ok, dann mach mal ganz kurz. Ja, ich steh grad davor. Ja, dann würde ich nämlich... Soll ich mich vor die Garage stellen oder... Weiß ich nicht. Komm mit. Ok. Hier geht's noch weiter. Jawoll, jetzt haben wir es. Ja, scheiße. Das ist genau das, was wir gedacht hatten. Ok, ich warte. Was hast du denn gedacht? Man konnte es einfach... Nicht bewegen. Komm, wir müssen doch oben raus. Ja. Aber ich glaube, wir verkacken das gerade. Ja. Ja. GG. Ah, Mann. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. Ja. Sollte beim nächsten Mal von uns einer oben bleiben. Aber ich glaube auch eher, dass du im Normalfall eigentlich dir eins der Autos nehmen solltest und aus der Garage rausfährst. Wir nehmen einfach oben diesen... den Wagen, der da steht. Ja. Also einer geht runter und der andere nimmt den Wagen, der oben steht. Ja, wir sollten uns aber nur zwei Wagen gescheit lassen, weil der eine muss ja dann direkt hinterher fahren, damit der in Range bleibt. Den Speedwagen würde ich, also den Lamborghini-Ferschnitt, der da ist, würde ich da lassen. Gut. Ah, der war doch da gerade in einem Tunnel unterwegs, oder? Habe ich das falsch gesehen? Nein, hast du nicht. Da hält mich der scheiß Rebell gerade beinahe überfahren, ey. Ich seh nur wie so geschreckt knapp hinter mir. So, ich droniere mal eben schnell. Schick geil wieder näher dran. Was wir natürlich auch machen könnten, wir lassen, ich lasse dir hier unten, oder ich, äh, parke dir dann gleich. Bevor wir runtergehen, den Heli hier unten vor dem Eingang, klicken wir dann mit dem Heli nach. Du kannst mit dem Heli hinterher fliegen. Ja, das. Hinten schon aufgescheucht? Ich glaube ja. Aber der nimmt ja auch kein Auto von unten, äh, von oben, der nimmt der als von unten. Oh, der Tango ist hin. Oh, der hat noch echt viele Gegner übrig, diesmal. Ja, weil die halt schon alle vorgewarnt waren. Boah, wie peinlich. Der vom Dach ist, glaube ich, auch tot. Der ist, glaube ich, runtergerannt tatsächlich. So, dann schauen wir mal eben hier oben rein. Du wirst lachen, das hier ist ein Kampfhedy mit, äh, Raketen. Jawollo. So. Ich gehe runter, schaue ich ihn auf. Du machst den Rest, klar? Ja. Aber pass auf, da sind ja noch ein paar Gegner übrig, ne? Ja, kriege ich hin. Sollte zu schaffen sein. Die sind alle, glaube ich, sogar in dem Gang hier vorne vor mir drin. Ich frage mich jetzt aber gerade, wo er da rauskommt. Oh, der fährt durch den Tunnel raus. So, wo der Tunnel endet, ist halt die Frage. Wir sind in dem schon her? Ja. Gut. Ah, man kann hier unten ja eine Tür eintreten. Ich bin im Tunnel. Er ist tot. Grüß. Alter. Plus 10.000 Medikamente. Lol. Oh, 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 oh. Feich. So, noch kurz Ruhe hier reinbringen. Wir sind seit ihrer Kindheit befreundet. Wir müssen alles wissen, was ihr reist. Okay, wir schnappen uns ein Modo, bevor wir den Faktor aus dem Landschiff mit uns, wenn ihr in Ominate. Guck, da vorne liegt er. Da, rechts, direkt vor dir. Der Typ im schwarzen Anzug. Ja. Oh, T-Bag geht noch nicht so. Ihr. Ja. Da, links. Dann bis zum nächsten Mal. Adieu.